Wir haben noch gerade drüber gesprochen. Format, Körnigkeit, Latitude. Ich sag dir eins. Der digitale Film ist das Unsinnigste, was es gibt. Ein Bild aufgelöst in Einsen und Nullen. Die ganze Welt ist analog und Film muss es auch sein, wenn es um Emotionen geht. 35 Millimeter Atmetlicht. Cinemascope for granted. Der Stummfilm mit 1 zu 1,3,3. Der hatte noch Gesichter. Oder der Suspensefaktor, angetrieben durch den McCuffin, der ja eigentlich ein Witz ist. Und trotzdem kauerten die Menschen vor Angst, hinter ihren Kinosessen. McCuffin. Also, ich bin vom McPizza und ich bekomme noch 26,40. Pass auf, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Guter Vortrag. Falsche Adresse. Werde Teil vom Barcamp Klappe die Erste und teile dein Wissen mit den Richtigen. Oder hör einfach zu. Klappe die Erste. Das schleswig-holsteinische Barcamp zum Thema Film. Am 18. September auf dem Campus in Flensburg. Hey, wo ist denn der Koch mit dem Catering? Her jetzt! Ich komm gleich! Geht's her jetzt! Du sollst den Sche... ...Expletto... ... ... Au.